Die Waffe runter! So, okay. Wo kam das jetzt schon wieder her? Da war doch gar keiner mehr. Ach, da oben! Genau, nimm mal die Knarre. Wo kommt man denn da drauf? Eine Deckung. Ups. Mal eben schauen hier. Oder kann man da gar nicht raufkommen? Ich weiß, hier kann man, glaube ich, drüber springen. Nee, doch nicht. Anscheinend nicht. Ist ja jetzt auch egal. Da ist ja keine Gefahr mehr. So. Haben wir da... Nee, knacken können wir dann nicht. Aber ich glaube, ich gehe schon in die falsche Richtung. Ah. Da kann ich die mit auch dirigieren, meine Jungs. Bin unterwegs. Ja, sehr schön. Gut. Aber das klappt schon mal. Äh. Wieso ist denn das jetzt... Ich habe gedacht, ich bin schon an der richtigen Stelle. Warum ist denn das jetzt wieder so weit weg? Ich muss noch mal auf die Karte gucken. So, hier bin ich. Hä? Ah, nee, Moment mal. Okay. Dann müssen wir wohl doch noch mal ins Auto. Das war ein großartiges Abendessen. Kommt, Jungs. Ich sehe sie und ich weiß, was sie getan haben. Halt die Fresse. Ich glaube, den hätte ich ausschalten müssen. Das ist ein Augenzeuge. Aber ist jetzt wurscht. Puff. So. Gehen wir mal hier rauf. Mhm, 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 mhm. So. Okay. Bin unterwegs. Äh. 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 Einzusetzen. Okay. Also hier können wir jetzt... ...die Fähigkeiten... ...ja, sprengen. Jack ist hoch. Dafür hätte ich was. Da sollten wir aber nicht zu nah dran stehen bleiben. Okay. Sag Bescheid, wenn jemand kommt. So. Er tickt schon. Ah, der bleibt ja... Ah, geht doch weg. Ich hab schon gedacht, der bleibt da hocken. Uh. Okay. Er ist da drüben. Schreckt mir rein. Lauf mir. Du willst nicht erschossen werden. So. Da lang. Denk nicht mehr! Ich kassiere Geld? Na ja! Wer macht's hier sauber, wenn sie tot sind? Ist es nicht wert, dass man wegen ein Loch gräbt? So. Lauf! Du doch da. Du bist der Kaffee! Ah! Mich stieß wieder auf. Wo kam der denn jetzt her? So ein Schweinepriester. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Okay. Was haben wir denn da noch? Das Töbelchen. Molotow-Cocktail. Eisenstange. Schrotflinte. Gehen wir mal mit Schrotflinte. Okay. Die sieht schon ziemlich eingeschüchtert aus. Tun wir mal die Waffe erstmal weg. Sie denken, das ist schlimm? Boom! Da ist eine Prügelei. Nicht schießen! Halt! Auf! Ich gebe dir das Geld. So, okay. Okay, Schätzchen. Ich sag das jetzt nur einmal. Dieser Puff ist in meinem Revier. Das heißt, ich bekomme einen Anteil. Verstanden? Okay. Du willst das Ding? Es gehört dir. Nimm es. Kartellbonus. Totschläger. Sie und ihr Team verursachen mit bloßen Fäusten mehr Schaden. Ja, das ist doch mal was. Jedes Kartell, das du kontrollierst, bringt dich der Spitze näher. Noch wichtiger ist, du bekommst einen Bonus. Wie gepanzerte Autos oder Totschläger. Verlierst du nur ein Geschäft eines Kartells. Der Bonus geht flöten. Willst du deinen Laden behalten? Bezahl Leute, die ihn bewachen. Auch ein Familienmitglied kann ihn verteidigen. Dein gemachter Mann ist wie mehrere Wachen. Aber wenn er weg ist, fehlt er deinem Team. Natürlich, das gilt alles auch für deine Feinde. Wenn sie einen Bonus haben, der dir das Leben schwer macht, übernimm eines ihrer Geschäfte und der Bonus ist weg. Und hast du nicht genug Männer, ein Geschäft zu übernehmen? Juck sie einfach in die Luft. Das Geschäft wird herübergehend geschlossen und der Bonus der Familie war mal. Und dann, pass auf, wie viele Wachen deine Feinde einsetzen. Such ihren schwächsten Punkt. Denk voraus. Plan jede Aktion. Und die Familie...